Das ist Luca. Und Luca hat einfach keine Ahnung, was er studieren soll. Hm, irgendwas mit Medien vielleicht? Nach langem Suchen findet er den Studiengang Medienmanagement an der Hochschule in Würzburg. Im vierten Stock entdeckt Luca eine Gruppe Medienmanagement-Studenten. Sie zeigen ihm, wie man einen Blog erstellt und Social Media Accounts managt. Luca begleitet sie zur nächsten Vorlesung. BWL steht an. Danach besucht Luca Patrick im Tonstudio des Hochschulmedienzentrums. Dort ist auch das FH-Radio, wo Mali gerade live auf Sendung ist. Luca geht weiter ins Film- und Fotostudio. Hier wird Lea gerade geschminkt. Danach flirtet sie mit der Kamera und wird von Maxi fotografiert. Es geht weiter in die Regie zu Luisa und Emily. Vom Greenscreen bis hin zu Hightech-Kameras ist einfach alles vorhanden. Nun geht's zur letzten Vorlesung, in der Luca lernt, wie man ein Foto professionell bearbeitet. Nach diesen ganzen Eindrücken ist sich Luca sicher, Medienmanagement ist genau sein Ding.